Am 7. Oktober stattete die zwölfköpfige Delegation aus Spitz der Partnergemeinde Taufkirchen an der Bram einen Besuch ab, um bei der Siedlung der generalsanierten Kirche dabei zu sein. Beeindruckt von der Schönheit betraten wir das renovierte Gotteshaus. Bischof Manfred Scheuer leitete den Gottesdienst. Unser Pfarrer Rückel war einer der Konzelebranten. Altbürgermeister Josef Gruber, maßgeblich in der Organisation tätig, wurde geehrt. Mit Musik zogen die Festgäste zum Schulzirfen. Vor dem gemeinsamen Mittagsmahl gab es Worte des Dankes. Viele Eindrücke und Freude über die Begegnung mit den Freunden aus der Partnergemeinde begleiteten uns am Weg zurück nach Spitz. Musik 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 Musik